Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Fahrenheit 451 von François Truffaut. Dieser Film läuft momentan nicht im Kino, aber er sollte dort laufen. Zum einen könnte kein Film aktueller als dieser Science-Fiction-Klassiker von 1966 sein. Zum anderen ist er auf eine tragische Weise hoffnungslos veraltet. Es ist alles noch viel schlimmer gekommen. Truffaut verzichtet bei diesem Film weitgehend auf Science-Fiction-Schnickschnack. Es soll bewusst im Heute spielen, dieser Film. Das Szenario sieht wie folgt aus. Wir leben in einem totalitären Staat, in dem alle Menschen glücklich sind. Ja, glücklich sein sollen und wer nicht glücklich ist, der muss eben eine Pille nehmen und muss sich von lauter Bildschirmen unterhalten lassen. Dann ist man dauerfröhlich. Bedingung für dieses Glück ist aber, dass es keine Bücher gibt. Denn Bücher machen melancholisch, traurig, ja, sie regen zu Streit und Hass an. Deswegen gibt es keine Bücher mehr. Die wenigen verbliebenen Bücher, die werden aufgespürt von der Feuerwehr. Und die Feuerwehr ist nicht mehr da, um Brände zu löschen, sondern die Feuerwehr setzt dann Bücher in Brand. Der Protagonist in dem Film ist Montag, gespielt von dem großartigen Oskar Werner. Er ist ein Feuerwehrmann und ein beschränkter Technokrat. Zu kritischen Denken und Fragen überhaupt nicht mehr fällig. Er besitzt alle nötigen Skills, um eine Karriere zu machen und Bildung würde da nur stören. Burn and Hermans Musik für diesen Film ist ideal. Denn Herman ist ja der Filmkomponist für Hitchcocks Filme gewesen. In Hitchcocks Filmen ging es auch immer darum, wie Unschuldige verdächtigt und dann verfolgt werden. Und hier sind es die unschuldigen Leser, die man verfolgt. Wir können ja seit einiger Zeit beobachten, dass man dabei ist, das gedruckte Buch und damit die Lesekultur, ja eine ganze Bildungstradition abzuschaffen. Da ist zum einen das E-Book. Das ist ja ein ganz praktisches Gerät, um Texte zu konsumieren. Aber es ist nicht das richtige Gerät, um sich wirklich in einem Text zu vertiefen, um wirklich zu lesen. Zum einen ist das E-Book natürlich wunderbar geeignet, um den Leser zu überwachen. Alle Informationen, wie schnell man liest, was man liest, all das wird weitergegeben. Es geht aber hier auch um eine Form der Gleichmacherei. Burkhard Spinnen hat darauf hingewiesen, dass es wirklich tragisch ist, wenn man auf demselben Gerät Goethe und Shakespeare liest und dann die Gebrauchsanweisung für ein Garten gerät. Die Feuerwehr in diesem Film ist ja nicht mehr zum Löschen der Brände da, sondern sie setzt eben die Bücher in Flammen. Und das ist auch ein sehr schönes Bild, denn wir können ja heute beobachten, wie Autoren, Geisteswissenschaftler, Verlage und Bibliotheken mit an der Abschaffung des Buches arbeiten. Und eigentlich sollten sie ja für das Buch einstehen. Und das nennen sie dann oft Digital Humanities oder Open Access. Der Berliner Kultursenator Tim Renner hat ja, der ja einmal ein DJ war, warnt ja geradezu davor, dass die Deutschen nach wie vor immer noch gedruckte Bücher lesen. Sie sollten alle zum E-Book übergehen. Ja, diese Ideologie, die finden wir auch in Fahrenheit 451 wieder. Aber es geht noch um sehr viel mehr als um das Medium Buch nur. Es geht auch um die schöne neue Welt der Unterhaltungsindustrie, die genauso totalitär ist wie ein Staat. Montagsfrau verbringt ihr Leben vor dem Fernsehbildschirm. Es ist ihr Lebensersatz. Dazu nimmt sie dann ein bisschen Psychopharmaka ein, um besser zu funktionieren. Stimmungsaufheller oder Beruhigungsmittel. Mit Neil Postman könnte man sagen, sie amüsiert sich zu Tode. Die Figuren ihrer Lieblingsfernsehserie, ja, das ist sozusagen ihr Familienersatz. Für die lebt sie, mit denen lebt sie. Fahrenheit 451 nimmt schon heute den Serienhype vorweg. Pseudo-Intellektuelle wollten uns ja einreden, dass die Serie heute das ist, was früher ein Roman von Flaubert, Dickens oder Tolstoi war. Man fragt sich, ob diejenigen jemals einen Roman dieser Herrschaften gelesen haben. Montagsfrau kann nicht zuhören, ist ständig unkonzentriert abgelenkt. Sie leidet unter dem, was man heute Konzentrationsstörung oder Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom nennen würde. Doch es ist nicht nur so, dass Truffauts Klassiker aktuell ist. Schlimmer noch. Die Wirklichkeit hat die Dystopie längst überboten. Die Dauervernetzung mit Smartphones und anderen Gadgets, all das konnten Truffaut und Ray Bradbury, der den Roman geschrieben hat, nicht voraussehen. Aber in gewissen Teilen finden wir das schon wieder. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, einen Film über die Zukunft zu sehen, die längst stattgefunden hat, ja, die sich viel schlimmer vollzogen hat. Im Film ist es die totalitäre Macht des Staates, die dem Buch den Chaos macht. Doch Ray Bradbury erzählt in seinem gleichnamigen Roman, dass es doch etwas anders war. Also wie kam es dazu? Er schreibt, zunächst waren es Einführungen gewesen, die die Menschen nur noch gelesen haben. Nicht mehr die Bücher selbst, sondern nur noch Einführungen darüber. Gekürzte Bücher waren beliebt. Zusammenfassungen, Abstracts, wie wir sie heute über jedem wissenschaftlichen Aufsatz finden. An Schulen, und das findet ja auch heute statt, lehrt man nicht mehr Goethe und Shakespeare, sondern Goethe und Shakespeare in der Leitversion, in leicht verständlicher Sprache. Nicht zuvor, dass der Staat war es, sondern die Menschen haben die Buchkultur zerstört. Montags Vorgesetzter sagt, es kam nicht von oben, von der Regierung. Es fing nicht mit Verordnungen und Zensur an. Nein, Technik, Massenkultur und Minderhaltendruck brachten es Gottlob ganz von allein fertig. Im Laufe des Films wird unser Protagonist Montag aber zu einem Leser. Er erschließt sich die Welt der Literatur. Und es ist sehr schön, wie der Film immer wieder zeigt, dass das nicht so einfach ist. Man kann nicht einfach ein Buch aufschlagen und schon versteht man alles. Er wird von den Werken nicht dort abgeholt, wo er steht. Er macht sich zu ihnen auf den beschwerlichen, aber lohnenden Weg. Und das ist ja heute auch eine Ideologie, dass wir die Leute immer dort abholen wollen, wo sie stehen. Und dann senkt man das Niveau. Roland Reuss, ein Literaturwissenschaftler, der wirklich aufrecht für das gedruckte Buch eintritt, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, Ende der Hypnose, vom Netz und zum Buch, schreibt zum Thema Abgeholt. Die gerade im Kulturbereich so verbreitete Phrase, man müsse Leute dort abholen, wo sie sind, ist im Kern zynisch. Sie setzt die Dumpf und Dummheit der Abzuholenden voraus. Und bei den Abholenden als Haltung die Simulation von Großzügigkeit der Sache nach Herablassung. Versaut ist mit dieser Übung aber jede respektvolle Haltung gegenüber dem Anspruch, den ein neuer Gedanke, ein anspruchsvoller intellektueller Zusammenhang von sich aus aufrichtet. Jemanden dort abholen, wo er sich befindet, heißt Senkung dieses Anspruchs. Und denken wir an Schlagworte wie niedrige Schwellen, barrierefreier Zugang, das sind die ideologischen Schlagwörter heute. Montags Vorgesetzter ist ganz auf dieser Linie und er sagt Montag auch, wie er die jungen Feuerwehrmänner ausbilden soll. Mehr Sport für alle, Jubel, Trubel, Gemeinschaftssinn. Man braucht nicht zu denken, sie sind glücklich, nur darauf kommt es an. Ein Gruß an die Fußball-WM. Hier müssen wir aber auch eine Unterscheidung treffen, die der Film trifft. Und das ist das Interessante bei Trufo. Er ist ja ein linker Regisseur. Die Unterscheidung zwischen Gleichheit und Gleichmacherei. Die Gleichheit finden wir nämlich bei den Buchmenschen. Das sind Menschen, Leser, die sich zurückgezogen haben in die Wälder, die keine Bücher mehr haben dürfen, die deshalb die Bücher auswendig gelernt haben, ja, die zu lebenden Bücher geworden sind. Da geht Madame Bovary, da geht Faust, da gehen zwei, die verkörpern, warten auf Godot. Sie alle leben in Gleichheit beieinander. Das ist die Idee einer Leserkommune. Aber dann gibt es auch die Ideologie der Gleichmacherei. Wir müssen alle gleich sein, heißt es immer. Aus dem Fernseher tönt es, seid tolerant. Bücher haben nur Hass und Streit gesät. Kaum ein Begriff wird ja heute so sehr missbraucht wie der der Toleranz. Es gibt eine wunderbare Szene in einem Haus einer leidenschaftlichen Leserin. Montags Vorgesetzter der Käpt'n erklärt in der Bibliothek dieser Frau, Ja, Bücher eröffnen Gegenwelten, aber wir müssen an die Wirklichkeit glauben. Hier zeigt sich, dass Lesen per se etwas Widerständiges ist. Philosophen vertreten einen festen Standpunkt. Autoren sind arrogant. Das können wir nicht länger dulden. Alle müssen gleich sein. Defoe's Robinson Crusoe ist rassistisch. Nietzsche ist antisemitisch. Aristoteles ist überheblich. Und dann hält er noch Hitlers Mein Kampf hoch und sagt, das ist auch ein schreckliches Buch. Und deswegen müssen wir alle Bücher verbrennen. Was uns der Film hier nahelegt, ist, wer einmal anfängt zu zensieren, der findet niemals ein Ende. Es gibt keine gute Zensur, sagt uns Fahrenheit 451. Heute aber muss man Bücher nicht mehr verbrennen. Zensur funktioniert heute anders. Denken wir an das E-Book. Denken wir an den digitalen Text im Allgemeinen. Wie leicht ist dadurch die Manipulation und die Ideologie der Gleichmacherei, die kann das Ganze noch rechtfertigen. Erst werden die Texte umgewandelt, die alten Texte, von der bewährten in die neue Rechtschreibung. Dann, aus Political Correctness Gründen, verändert man den ein oder anderen Begriff. Und dann ist nicht da eine monarchistische Haltung zu verspüren. Wird da nicht gegen Frauen gehetzt. Ist das nicht auch problematisch? Warum ändern wir nicht gleich den ganzen Text? Warum schreiben wir ihn nicht neu? Es geht so einfach. Amazon, die sich ja gerne so als neutral aufführen, geben ja schon manche Verlage nicht mehr zu verkaufen auf ihrer Plattform. Und dann überlegt eine amerikanische Universität, ob man nicht Warnhinweise auf Bücher kleben sollte, enthält sexuelle Gewalt oder stiftet zu Unfrieden an. Roland Reuss noch einmal, der auch ein anderes Buch geschrieben hat, nämlich die perfekte Lesemaschine zur Ergonomie des Buches, schreibt, dass es gerade die Gegenständlichkeit des gedruckten Buches ist, die eben Zensur noch relativ gut verhindern kann. Man stößt bei der Lektüre auf etwas und an etwas. Man nimmt an ihm Anstoß. Und dieses Etwas hängt an der Gegen- und das heißt auch Widerständigkeit des Buches. Die Objektivität, die das Buch der Schrift verleiht, schützt sie anders als die untastbare Schrift, die auf den Servern von Gnaden kontinuierlich künstlicher Energiezufuhr existiert, vor willkürlichen Eingriffen im Sinne aktueller Interessen, vor utilitaristischem, fremdbestimmten Umschreiben genau wie vor Zensur, die, falls Schrift nur noch im Netz vorliegen sollte, so leicht werden wird wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. In einer Hinsicht ist Fahrenheit 451 veraltet. Die Literatur ist noch eine existenzielle Bedrohung für den Staat. Heute hat man sie einfach so klein gemacht, dass sie nicht mehr gefährlich sein kann. Der Niveauverlust ist nicht nur hinsichtlich der Literatur zu beklagen. Auch das Kino ist immer weniger ein Ort für Kunst, für Filmkunst, für Auseinandersetzung, für das Widerständige. François Truffaut war in den 60er Jahren ein Starregisseur. Man kannte ihn. Heute würde er mit seinen Mitstreitern Chabrol, Godard, Romer, René nur noch auf Filmfestivals stattfinden. Im Kino sehen wir diese Filme wahrscheinlich kaum noch. Einerlei, ob es um Literatur oder Filme geht, sich die Welt der Kunst zu erschließen, ist anstrengend, aber lohnend. Die Kulturkonsumindustrie, die Pädagogisierung, die Verachtung der Hochkultur, das ist ein politisches Instrument, um die Bürger blöde und arm zu halten. Fahrenheit 451 sollte uns zu denken geben. Sehen wir in die Filmgeschichte, in die Vergangenheit zurück und blicken wir von dort aus auf die Gegenwart und in unsere Zukunft. Denn gegenwärtig, da schauen wir nur, aber wir sehen nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.